Jo Leute, heute wird mal ein Special rausgehauen und zwar kein Fortnite, nein, es ist wirklich Battlegrounds für Sandy Der Hype über Fortnite ist ja noch gerade draußen, dass es aufs Handy kommt, aber jo Wieso nicht PUBG, ne? Das ist viel neisser Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Ton ist Ich denke, so mittel ist so gut, oder? Das ist jetzt nicht meine erste Runde, die ich zack Das ist eigentlich mein Zehnter oder so Schauen wir mal rein in die Runde Ich hab bisher zwei Sieger Solo-Ehen und ein Duo Ah, der wäre schon geboxt, Alter Die Steuerung ist eigentlich optimal Oh, Leute, man kann das auch Leute, ich mir mal aufgefallen Die Grafik ist relativ okay, wenn man betrachtet, wie PUBG normal aussieht, ist das eigentlich für das Handy absolut geil Ah, Jui Jetzt ist es nice Oh, jetzt geht's Man muss halt immer direkt mit dem Punkt draus sein Und ja, ich bin auch ein bisschen krank, also Deswegen wäre ich wie jetzt, das Video an bestimmten Stellen einfach mal schneiden Beziehungsweise anhalten und fortsetzen, wenn ich gehostet habe Weil, falls ich das vergessen sollte, während einem eine Fight Dann, tut's mir sehr leid, wir zacken Solo 5 Kills eigentlich Minimum Ich weiß es echt nicht, ich hab noch nie PUBG gespielt Ich weiß echt nicht, wie viele Kills viel sind oder wenig sind für PUBG Aber mein höchstes war bisher 10 Kills, also auf dem Handy ist ja klar Wo springen wir dann raus? Ich weiß es ehrlich gesagt, wir springen einfach mal hier raus Ich kenn mich echt nicht aus, deshalb springe ich einfach irgendwo raus Ja, wir werden ja runtergehen In solche richtig großen Städte geh ich halt fast nur, also nicht am Anfang, sondern eher am Ende so Wegen zu vielen Leuten Das ist schön Also mit ihnen Kommst ja noch richtig Klar, ne Also die Leute haben ja nicht so ein geiles Aim Macht im gewissen Sinn, ne Aber wenn du dann von zwei Seiten beschossen hast, bist du relativ schnell da und Ja, wir werden mal hier landen Junge Ja, hier kann man irgendwie drüberklettern, ne Immerhin die Waffe, ne Geiles Gadget ist natürlich auch, dass man das alles selber aufnimmt Muss man nicht draufdrücken Ich find's nicht geil, dass wenn man jetzt schon 100 Schuss für die Ach scheiße, wie hieß die Waffe Auf jeden Fall, wenn man Ist eigentlich bei jeder Waffe so, wenn man Jetzt zum Beispiel Ne Waffe hat Und über 100 Schuss Dann findet man Munition Für die Aber die wird nicht mehr gelb angezeigt Und dann nimmts die auch nicht mehr selber auf Da musst du immer wissen, was Das für ne Scheiß Ach ne, alter Ich will die Waffe nicht haben Muss er dann immer schnell weg Alter, da musst du dann immer richtig schnell wegrennen Weil der nimmt dann die Waffe auf Wenn die gelb leuchtet Das find ich nicht sehr geil Oder zum Beispiel wie mit dem Vierfach Scope Da nimmt er einfach drei Vierfach Scopes mit Juck den einfach auch nicht Ich hab mir jetzt extra eine App geholt Für die Aufnahme hier Die Standard-Offnahme Das keine App, aber Funktion von Huawei ist absolut kräuslich, alter Die Leck drum Ist abgehackt Und ja Ich wollte jetzt Ich hab' die Torung Ich hab' die Torung Ich hab' es trotz nicht gut Aber ich werde nicht mehr Ja, ich werde jetzt nicht mehr Als Hände bei der anderen auf eine Funktion, das ist so wo du hindrückst das wäre besser ich weiß nicht, manche Zuschauer werden das wahrscheinlich stören aber manche wahrscheinlich auch nicht Junge ich schwöre, das ist doch nicht normal die drüben brauchen die drüben brauchen nur das ist ja und schilden die Pistel das ist das Gefühl das war da wahrscheinlich der Tülle wir wollen jetzt ein Lüter das geile ist und wenn dich hier hinlegst bis den Lüten so und wirst einfach komplett, das meine ich guck, jetzt wurden die 9 mm nicht angezeigt, aber die brauchen für die UMP wird geschossen Schwestern nicht so sind die das hat nicht die Standort das ist einfach alles immer gleich die Töne der hätte es hier an jedem aussehen können das ist einfach das ist einfach das ist einfach aber zu wenig hat sich hier leben sind das ist die das war schon nicht schlecht man hat die schritte auch nicht nur wenn die ziemlich nah dran sind die Leute ja das war die Schnupfenattacke äh das ist ja nicht die heftigsten Fights am Start sind das könnte man sich wahrscheinlich schon denken vor allem mit dem Handling mein Handy das ist auch so geil normal wird es gehen ich habe Kopfhörer dran ja und mit dem hört man das auch nicht wohlbemerkt wo die Schüsse herkamen auf jeden Fall habe ich dann ja das Handy auch noch angesteckt an den Lade an das Ladekabel und das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die Kopfhörer drin und da habe ich minimal Platz für meine Finger aber ist noch ein Ort sehe ich nicht kaum kaum jemand hier ich hatte auf jeden Fall schon ein härteres Fall ach tschüss 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 ich weiß immer noch nicht so richtig was das bringt wahrscheinlich na keine Ahnung manchmal will ich auch Bücher abschießen weil ich den mein dr m ja her ich kann wir haben im nie in dem Spiel außer immer immer wurde stattdurch geholt und immer stattdurch den ersten Platz geholt nur noch immer übrig ist Ahl zu bekommen und gehen ein Stück direkt in die Bomben aber stimmt mal in und geht es aus die haben die Hälfte nicht der ist der schlechte Typ Ach man, Hals, Maul, Alter. Junge, was ist denn das für ein Spieler, Alter? Ja, moin! Junge, das war nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sechstensichtster Platz war, Alter. Absolut. Ach, fick drauf. Nächste Runde, Alter. Das bin ich absolut nicht gewohnt. Zack. So, jetzt back im Game. Jetzt in Duo aber. Hey, komm her. Hey, Junge. Äh, dieses Spiel zieht absolut Akku. Ich hab jetzt 20%. Und, ja. Nach so einer Runde. Ja, moin! Ja, Mann, das Geile ist. Ich spiel ja Duo, aber mein Team-Mate ist rausgequettet. Das ist absolut nice, Alter. Ich komm immer noch nicht auf den Anfang ficken, klar. Ich komm noch nicht drauf klar. Das gibt's doch gar nicht. Ich geh jetzt einfach hier hin. Das ist ja du, verfickte Ficke. Verfickte Ficke? Ja, Mann. Wer kennt's nicht, ne? Verfickte Scheiße, Alter. Ist das krank? Jump out. Man kennt ihn. Er hat wieder genießt. Oder wie Nils sagen würde, er hat genossen. Okay, es ist meine Nase, kommt dazu. Ja, ich gehe hierher hin. Okay, nachdem ich mir die Nase geschnaubt habe, ist ja noch irgendein Typ gelandet. Das war doch ein kranker Typ, der ist doch niemals. Der ist niemals, ne, ne, der ist niemals legend gewesen, Mann. Ich hab jetzt eine andere Position von meinen Händen noch. Nehme ich mit, Alter. Ich benutze nie Granaten hier, ungelogen. Nie. Und der kriegt mich einfach mit einer scheiß Blendgranate? Ich dachte schon, WTF? Das ist ne verfickte Rauchgranate, aber... Nee, war's nicht. Ja, come on. Hab echt da niemanden mit der Schroßlinde hier an diesem Spiel getötet? Das ist absolut kacke. Oh, Lass ist mir her. Ja, mein. Ich hab ne geile Idee. Siehst du das? Ey, man kann die Schroßlinde, warte mal. Auch wenn ich jetzt hier nicht in Sieg holen werde, das war dann wahrscheinlich noch mal eine Folge irgendwann kommen wo ich ihn hole ich bin immer gespalten an meinen du bist du jetzt gut in dem Spiel oder hast du einfach nur Glück mit den Gegner weil der Typ der war ja wahrscheinlich gut eben beziehungsweise hatte den Scope drauf aber schon das war du ich bin muss gerade in Kildschutzsee gedauern ich bin ja jeden Fall geil ich wusste nicht dass man hier ohne weiteres so was ist das Kurt machen kann der Fakt das ist schon wieder so eine Schrotflinde mitgenommen auch im Moin Alter so war das doch gar nicht ja dann gönne ich mir gleich so ein Ding Alter ich gönne das war ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr und ich bin nicht mehr Vielen Dank. Walla, hab ich grad viel Munition verbraucht, alter. Nesse, ernst, oder? Wieso hatte ich überhaupt Angst vor ihm, alter? Ja gut, es ist eigentlich nicht üblich, dass mich hier jemand trifft, bevor ich ihn töte. Aber er hat mit einer Schrollschwinde auf so eine Range geschossen. Der hat mir dann eh einen Schaden gemacht oder so. Und jetzt glaube ich, ich weiß, wofür dieses Energy-Dings scheiße ist. Ich glaube, das füllt dein Leben schneller auf, dann wieder regeneriert das. Also, okay, geil, wenn sein Team-Mate auch noch herkommen würde, beziehungsweise einen Schuss, wenn sich geben könnte. So low wirst du, oh mein Gott. Ich nehme es mal mit, weil ich nur um P finde. Ich spiele ziemlich gerne mit um P. Jetzt muss man nicht auf Entfernung, wie man von uns sehen kann, aber... Das hat ja, von uns hat ja nur noch die im Schuss gewerfen... Ah, lo, hier oben war da auch schon der Weg, oder weil... Ne, das war das Haus, wo ich runtergehoben bin, oder? Ich bin zu, ne, also... Alles easy. Alter, alter, alter. Ach, ja, 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 macht mir zu, Junge. Ja, 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 ja. Was ist denn da drin? Willst du mich laxen? Hä? Hä? Was war? Hä? Ja moin, da saß einfach jemand drin. Wahrscheinlich. Hä? Hä? Ich meine, da hat er einen 3er-Helm. Jetzt habe ich hier irgendwas mitgenommen. Weiß ich gar nicht so richtig gesehen. Oh, eine Pfanne, okay. Vierfachskull weg. Oh, scheiße, meine Uhrzeit. Vierfachskull wird absolut nicht gebraucht. Ey Junge, das war echt gerade irgendwie... Das war gerade irgendwie komisch. Ja, den 3er-Helm, den ich ihn zuerstet habe, okay. Sehe ich einen. Oh, jetzt habe ich auch einen 3er-Helm, der halb zuerstet ist. Das fällt mir gerade ein. Alles klar. Den Bunker, oder? Das ist ein Zugekippter. Ich werde hier fast keine Fahrzeuge, nur wenn es das härteste ankommt, nämlich Fahrzeuge hier. Weil du triffst, du wirst einfach, du kriegst einfach Schaden, auch wenn die dich nicht im Auto treffen, sondern nur das Auto treffen, dann kriegst du Damage. Ja, ja, so ist es nun mal. Ich weiß nicht, ob das mit der Helligkeit ist, das könnte man vielleicht noch ein bisschen heller machen. Ja. Das war auch für mich ein Nachteil, würde ich meinen. Ich muss ja wieder meine Position einnehmen. Der saß WTF, Junge. Ich kann nicht drauf klar. Der hat wahrscheinlich nicht den Button gefunden, wo man aussteigen kann, alter. Den Typen feiere ich, alter. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich Muni finde für diese Waffe, dann wird mir einfach das nicht angezeigt, dass ich das brauche. Also nicht Geld. Und dann nimmt der Typ das einfach nicht. Aber wenn ich dann drei Gegner, Gegnern begegne, einen heftigen Gunfight habe, verbrauche ich schon mal drei Magazine. Ja, und das sind dann 90 Schuss, Junge. Da habe ich dann nur noch 15 Schuss. Das gibt's doch. Two guys. Das war lächig. Das war lächig. Scheiße, es leckt man. Fuck. Scheiße. Nein, mein Spiel. Okay, ich habe mich jetzt woanders hingesellt. Den Kill habe ich gerade gekriegt. Ich habe jetzt wieder bessere Empfangen. Ich habe jetzt wieder bessere Empfangen. Ich habe jetzt absolut bessere Empfangen. Wenn man so scheiß Buschränke krochen ist, ne? Ey Junge. Wo ist denn der alle... Ich sagte jetzt erstmal, das wäre eine Herausforderung für mich, aber das war jetzt doch kein Team so richtig. Das war absolut nur einer. Hey Digga! Wo ist denn sein Ludhalter? Ich habe den dort irgendwo hier auch schossen, ne? Der Stand hier. Der kann sein Ludwig sein. Wo ist denn der hingekrochen, Alter? Da gibt es noch 100. Das gibt es noch 100. Ah, lol! Ah, lol! Ha, meine ne? Hier ist die Munition, die wird nicht gelb angezeigt. genau die brauche ich für meine Koffer und hat man schon besser Hier jemand biebt. Unten ist auch noch einer am Baum. Wo ist jetzt die Lootbox um ihn? Er hat auch noch zwei Schrott für den Junge. Was ist denn mit ihm los? Ich hab echt Schiss, wenn er mal so ein Flugzeug kommt. Das klingt wie so ein Scheiß-Auto. Ich hab schon immer Schiss das überfahren werde. Das war der Club jetzt gerade. Ich hab auch schon Leute mit dem Boot überfahren, aber... Ja, Mann, das ist der Typ. Okay, jetzt ist mein Akku wieder niedrig. Ach, der Typ ist dort da. Nun, was macht der denn? Okay. 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 Ich seh nicht, ne? Kann man sich das so vorstellen, oder? Mit Übersicht bewegt. Okay. Da. Okay. Ich weiß nicht, ob er mich einfach nur an der Seite getroffen hat, der von vorne, oder ob ich wirklich schon eine Seite angehlt wurde. Achtfach Scope, ja moin! Und an Level 2 aus voll. Ja moin, jetzt muss ich tatsächlich Mordid benutzen. Ah! Nee, 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 ja, 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 ja. Ja, ja. Ich bin mit dem Scheiß-Auto. ich habe gelernt immer langsam über solche Hügel fahren, damit einem auch nichts passiert, ne? Oh, Alter, ich dachte, das wäre eine Mauer, Alter. Nun, ist es krank. Inzwischen am Leben auf so einer Zone, das ist absolut normal für PUBG auf dieser Zone. Die Zone sieht immer so klein aus, aber die Mert ist absolut groß. Wenn man das jetzt... Oh, 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 oh. Wenn man das jetzt mit Fortnite vergleicht, dann... Oh, die Zone kommt schon. Ich dachte schon, ja, ich komme ähnlich weg von der Zone. Dabei kommt die... Ich dachte, sie kommt gar nicht weiter weg irgendwie. Ja, moin, da zieht man auch rechts, Alter. In dem Scheiß sein Wagen, Alter. Ja, go, man, fucker. Ja, go, man, fucker. Aber nee, dann sind es dann doch... anderthalb gewesen. Wolle eine Viertelste Wasser, dreißam Leben noch. Perfekt. XD, wenn er endet, das Quarton, äh, in Du ist dann noch. Junge, Junge, Junge. Seit ich gestern mit, aber ich war noch im Duo mit Mein Team. Keine Chance hat ergegnet. Wo mir ehrlich zu sein. So, mal sehen. Ich denke, das war sie jetzt nicht. Ach, fuck, alter. Jetzt muss Gott keinen, aber ohne, weil das ist, was ausgrabben, ist das absolut nicht Frau. So, das war's. Zack. die 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 Tüte im Auto zu ihm die Typ in dem Auto K so wie im Kronen er Nähe das ist die die offener die kommen ich will die Scheiße nicht verstehst du das das kannst du weghauen die Ertulung wir wollen schon das machen wir haben halt und nicht geknallt werden kann man sich nicht einfach zubauen es ist Prozent ich glaube wenn dann die Formel für Entry draußen ist ich werde null bauen Null Wärme und die gewesen wir haben doch wieder wir ich wir das wirklich 8 das 8-8-4-Supporting trocken können auf die Umgebung wer hat die absolut schlecht das war so auf die Entfernung reich ich bin schlux und Jung sie sind jeder Simulator und ich dachte so ja was gibt's ja nicht oder was gibt's hier ja es gibt ja nicht was es im Vortrag gibt es gibt hier keine Panzerfaust soweit ich das sehe ich dachte zuerst es gibt keine Sniper aber es gibt eine Sniper den man den Killjet gesehen hat ich hab sie noch nie gefunden ehrlich gesagt beziehungsweise hab sie noch nie mitgenommen die da haben wir schon sie doch sogar in der Tür das ist so klitsch auch hier ich habe es nicht wenn ich zweiter Platz also auch hier in der ersten absolut noch kommen in Fortnit zweiter Platz wer beziehungsweise ich bin jetzt auch da kommen hab nicht so viel Adrenalin in mein Blut aber minimal das Geile ist bis zu uns auf die Anrund hat eine Hausgebung mein Name so das alles noch gebieten sie sind jetzt kenn ich über alles klar auch und ich bin nicht zu mir hier ist das was so ich brauche das nicht immer angezeigt wenn ich das dann auch mit weil ich halte das ist dann gegen meine Waffe hier der Typ zeigt sich erholt man gut ich die 2 im Fenster erzwingt aber auch schon viel die Börs und steht aber wie soll ich denn hier rauskommen man ich bin immer noch ich bin immer noch drinnen wei gleich mal springen vor Freude XD Alter he 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 bester Mann aber wo kann denn der Wichser sein Alter ah guck mal an sich traurig auszukommen beziehungsweise beziehungsweise nein nein ich bin immer noch ich bin immer noch ich bin immer noch ich bin das war das Spiel ich hoffe es war eigentlich gut ja ich habe auf jeden Fall mein Server gerade verloren aber wie man gesehen hat ich war erster Platz auf jeden Fall es hat ein Ende rum gespuckt ich hoffe die Folge war nice auf jeden Fall Like und Abo dalassen reingehauen